Was ein schöner Morgen, gerade beim Frühstück gewesen, jetzt noch ein Meeting mit einer Fotografin gehabt, mit dem ich bald ein schönes Shooting mache und jetzt packe ich und dann geht es nach Hause nach Köln. Juhu! Ich sehe aus wie ein Hamster heute. Oder? Ich kenne den nicht. Hier, so Hamster. So, ich war heute mal wieder auf die bekackteste Airline der Welt gebucht. Air Berlin. Und der Flug wurde jetzt. Welche Überraschungen komplett gestrichen. Jetzt gucke ich mal, wie ich nach Hause komme. Ja, ich scheine hier noch nicht alleine zu sein. Ich weiß gar nicht, wie ich hin. So, ein kleines Update. Inzwischen ist sogar unsere Verspätung verspätet. Das schafft Air Berlin. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, jetzt haben wir gerade erfahren, dass der Abflug jetzt auf 14.30 Uhr verschoben ist. Ich sollte eigentlich um 20.00 Uhr nachts 12.00 Uhr nach Köln. Scheiß Erlein. Es grenzt einem Wunder, ich bohde tatsächlich die Maschine, jetzt mal schauen ob die losfliegt oder ob vielleicht die Crew immer noch nicht da ist und wir nur in die Maschine dürfen. Ich lass mich überraschen. So, ich bin endlich zu Hause bei mir im Aufzug, nicht wie geplant um 20 nach 1, sondern dank Air Berlin um 20 nach 5, da wird eine Reise von Berlin nach Köln zum Tagesprogramm. Danke, jetzt muss ich nichts Blödes mit diesem doofen Samstag machen. Dr. Untertitelung des ZDF, 2020